Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Am Sonntag findet der 38. Marathon bei uns hier in Hamburg statt. Jedes Jahr ein Mega-Ereignis, ob nun als Läuferin oder Läufer, als Support, als Begleitung oder einfach nur als Zuschauerin oder Zuschauer. Und hinter den Kulissen ist natürlich alles minutiös geplant. Jedes Jahr wieder eine logistische Meisterleistung. Das den Cheforganisator des Hamburg Marathon. Schön, dass Sie bei uns sind. So knapp davor, wie hoch ist der Puls? Ruhepuls. Also tatsächlich Freitag ist der ruhigste Tag für mich. Die Woche davor jetzt ist ein bisschen hektisch. Fängt mit den Visa-Problemen halt an, weil viele Manager merken dann halt, ja Mittwoch geht der Flieger und mein Athlet hat noch kein Visum. Dann geht es halt nach Nairobi, nach Addis, nach Eritrea. Die Leitung glüht dann halt. Und tatsächlich gab es am Mittwoch dann 20 nach 1 das okay, dass die Athleten um 15 Uhr das Visum abholen können und um 8 Uhr geht der Flieger. Oh. Es haben tatsächlich Überumwege es alle geschafft. Es sind alle Athleten und Athletinnen halt da. Aber es könnte auch ruhiger halt laufen. Ist das schon mal passiert, dass jemand nicht teilnehmen konnte, weil das Visum ich auch war, ja? Ja, das passiert öfters. Jedes Jahr. Genau, jedes Jahr. Und wenn man Glück hat, trifft es dann so die sogenannte zweite Reihe und nicht die Top-Athleten. Aber wir haben ja auch vor zwei Jahren schon eine Pressekonferenz gemacht, weil der Flieger in Nairobi halt zu spät los ist. Dann haben die den Anschlussflug in Istanbul nicht bekommen. Dann haben die Pressekonferenz ohne Top-Athleten gemacht. Okay. Also von daher ist immer Mittwoch, Donnerstag so, dass alles funktioniert, dass alle da sind. Und Freitag ist dann die Ruhe vor dem Sturm und dann ist auch der Puls ziemlich weit unten. Deswegen hatten Sie auch Zeit für uns. Deswegen hatte ich auch Zeit für Sie. Der 38. Hamburg-Marathon, wie viele davon haben Sie organisiert? Es ist tatsächlich mein Zwölfter. Also 2012 war der erste, also es ist der elfte im zwölften Jahr, weil 2020 konnten wir aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Und läuft immer alles wieder gleich, dass man immer wieder sozusagen in die Kiste greift, sag ich mal salopp und es wieder organisiert? Oder ist es jedes Jahr eine neue Herausforderung, das hinzubekommen? Die Kiste ist immer gleich. Nur das, was man rauszieht, verändert sich tatsächlich. Für den Läufer bleibt es immer 42,195 Kilometer. Der sieht keinen großen Unterschied. Aber tatsächlich, wenn ich allein an Genehmigungsverfahren zurückdenke, die wir 2012 für die Veranstaltung machen mussten und die wir heute bewältigen müssen, da ist schon ein Riesenunterschied. Ist es jetzt mehr oder weniger geworden? Deutlich mehr. Deutlich mehr? Okay. Wir leben ja in der Digitalisierung und es ist deutlich mehr. Die Anforderungen sind einfach höher. Ob alle Anforderungen halt immer sinnvoll sind, sei mal dahingestellt. Aber theoretisch muss von unserer Seite aus sechs Monate vorher alles stehen. Das heißt, da ist jedes Dixi-Klo, jeder Torbogen auf der Strecke halt geplant. Und wenn das Dixi-Klo oder der Torbogen woanders steht, ist das ein Neuantrag. Man muss nicht unbedingt 42,195 Kilometer laufen. Es gibt Varianten. Welche gibt es? Also wir fangen ja morgen schon an mit dem größten deutschen Kinder- und Jugendlauf, mit dem Zehntel. Drei Grundschuhenläufe das erste Mal. Ausverkaufte 48 Stunden mit 12.000 Kindern. Also gigantisch. Jetzt muss man mal gucken, wie sich das halt entwickelt. Und dann halt am Sonntag tatsächlich von der Staffel, wo die kürzeste Strecke schon bei 3,6 Kilometern anfängt, bis hin halt zum Marathon. Und zwischendurch kann man noch, wenn man möchte, einen Halbmarathon laufen. Also tatsächlich vom Beginner bis zum, ich traue mir auch den Ganzen zu, alles dabei. Dieses Jahr ist es besonders voll, habe ich gelesen. Woran liegt das? Ja, wir sind in allen Disziplinen ausverkauft. Staffel und Halbmarathon waren immer schon ausverkauft. Der Halbmarathon dieses Jahr aber schon Ende August ausverkauft. Da habe ich mich meinem Sohn gefragt. Im Januar hat er es versucht. Genau, genau. Und der Marathon tatsächlich das erste Mal, zumindest in meiner Ägide. Früher hat man das nicht so mit dem Ausverkauft publiziert. Dann hat man einfach noch genommen. Aber zu richtigen Marathonzeiten, wo es nur den Marathon gab, gab es 21.000 Teilnehmer. Und wenn man jetzt bei uns zusammenzählt, am Sonntag sind wir jetzt bei 25.000, 26.000. Mehr geben die Messehallen nicht her. Das heißt, wenn wir mehr haben wollen, müssen wir die Veranstaltung anders planen. Das heißt, die Kiste im kommenden Jahr ist vielleicht da. Aber wir ziehen was anderes raus. Ist das eigentlich eher ein Sportevent der Marathon Hamburg oder ein Volksfest? Ich habe immer das Gefühl, das ist eher ein Volksfest und ganz früh laufen dann irgendwie die Spitzenathleten. Wie sehen Sie das? Also neben den Spitzenathleten, die ja tatsächlich das als Beruf ausüben, gibt es auch, ich nenne sie mal Hobbyantiloben. Das ist so mein Spitzname für die. Die trainieren 10, 12 Mal die Woche, um 2,30 zu laufen, um 3 Stunden zu laufen. Wenn man denen jetzt sagen würde, ihr nehmt an einem Volksfest dran teil, da würden sie eine halbe Stunde tatsächlich erklärt bekommen, welchen Aufwand sie halt betreiben. Also ich glaube schon, dass die Zuschauer, die an die Strecke kommen, die auch ja deutlich mehr sind bei den 4, 5 Stunden Läufer und Läuferinnen als jetzt vorne bei den Topathleten, die nehmen das schon als Volksfest. Die feiern sich selber, die feiern halt Hamburg und die feiern die, die halt vielleicht auch aus Spaß halt laufen. Aber es gibt wirklich auch bei den Hobbyläufern und Läuferinnen richtig ambitionierte, das ist Lebensinhalt von denen, die das halt durchziehen. Sodass wir wirklich einen bunten Mix haben von Menschen, die davon leben, bis hin zu denen, die 6,30 laufen und sagen, ich habe 100 Euro dafür bezahlt, also genieße ich die Strecke etwas länger. Da habe ich mehr von. Ist der Hamburger Lauf oder ist die Hamburger Strecke jetzt im Vergleich eher leicht oder schwer? Kann man das irgendwo ansiedeln? Sie ist mehr strukturiert als zum Beispiel in Berlin. Berlin ist komplett flach. Bei uns ist ja die Problematik, dass wir alle sehenswerten Stellen der Stadt mitnehmen wollen. Deswegen starten wir oben an der Messe und laufen ja die ersten 15 Kilometer mehr oder weniger bergab bis zu den Landungsbrücken. Und das, was wir auf 15 Kilometer runterlaufen, müssen wir irgendwann auch wieder hochlaufen. Und der letzte Kilometer in Hamburg mag schon etwas profilierter sein als woanders. Und was viele halt nicht so auf dem Schirm haben, wir haben ja mehr Brücken als Venedig. Und jede Brücke geht ein Stückchen hoch, ein Stückchen runter. Was am Ende des Tages halt schon dazu führt, dass wir vielleicht nicht so zu den einfachsten Strecken in der Welt halt zählen. Wobei wir waren im letzten Jahr zum Beispiel der sechstschnellste Marathon in der Welt. Das heißt also den Top-Athleten, den Kenianern oder den Äthiopiern ist das ganz egal. Es gibt ja immer diese blaue Spur auf dem Boden, führt sozusagen die Sportler durch die Strecke. Hat sich trotzdem schon mal jemand verlaufen? Das kann ich gar nicht sagen. Bei uns hat sich zumindest noch nie jemand beschwert, dass er es nicht gefunden hat. Wir hatten allerdings 2021, Palmaille war eine Baustelle. Beziehungsweise da ist dann, die blaue Linie kommt immer so 14 Tage vorher, war eine Baustelle. Und die haben unsere blaue Linie so auf 150 Metern weggefräst. Und die dritte, die ins Ziel gekommen ist, die ist umgedreht, weil sie die blaue Linie nicht mehr gesehen hat. Und dann hat der Ordner gesagt, nein, du musst wieder zurück. Und dann ist sie wieder zurückgerannt. Aber wirklich verlaufen, nein. Ein großes Thema ist sicherlich auch die Sicherheit. Wie viele sozusagen Polizisten und Rettungskräfte sind im Einsatz? Kann man überhaupt so ein Event absichern? Das ist immer eine subjektiv gefühlte Sicherheit. Das Thema hatten wir 2012 nach den Anschlägen in Boston. Das Thema haben wir aber auch gehabt, jetzt Corona, was kann man halt machen? Wie kriegt man das halt hin? Die Hamburger Polizei ist mit sehr, sehr vielen Kollegen auf der Strecke und Kolleginnen. Der Staatszielbereich ist natürlich halt sehr gut gesichert. Aber wir laufen auf öffentlichen Straßen. Ja, genau. Ein Thema, was ich auch mal interessant finde, ist Selbstüberschätzung. Kommt es vor, dass Läufer und Läuferinnen kollabieren? Also da kann man wirklich das Gendern fast weglassen. Kollabieren tun fast nur Männer. Männer? Die Frauen haben tatsächlich eine bessere Selbsteinschätzung. Und wenn die Wetterbedingungen oder der Trainingszustand nicht so ist, ist die Frau in der Lage, sich dem anzupassen. Bei dem Mann ist es tatsächlich so, ich habe drei Stunden vorgenommen und ich laufe drei Stunden, egal ob es 25 Grad sind oder ob es regnet. Und von daher haben wir tatsächlich mehr mit den Männern zu tun als mit den Frauen. Ein Problem ist es, wenn es zu warm wird. Und zu warm bedeutet tatsächlich über 17, 18 Grad. Dann ist es schon zu warm. Und viele vergessen einfach das Trinken. Und zwar auch das Trinken ab heute. Also wer heute nicht trinkt, der ist tatsächlich zu spät dran, wenn er bei Kilometer 20 merkt, ich habe Durst. Und dann haben wir die Probleme halt im Ziel. Kommen wir zum Schluss, fast zum Schluss, nochmal auf die Top-Athleten. Ist sozusagen die oberste Regel mit dabei in Hamburg? Kann man das sagen? Auch von den deutschen Athleten? Also das, was wir uns leisten können an oberster Ebene, ist dabei. Der Vorjahres-Sieger- und Schrecken-Kochthalter, Bernard Coach, ist dabei. Und wir haben so viele Athleten unter 2,10 wie noch nie, 24 Stück. Bei den Frauen ist die Weltmeisterin von 22 und Vize-Weltmeisterin von 23 am Start. Und die möchte sich noch für das Äthiopische Olympia-Team qualifizieren. Und dafür muss sie schon Streckenrekord laufen. Also da ist richtig was los. Und bei den deutschen Athleten ist ja tatsächlich, da sind die Nominierungen für die Olympischen Spiele schon durch. Und die drei, die laufen, die laufen tatsächlich für sich und für ihre Bestzeiten. Und wir haben eine besondere Situation. Die Mama von Katharina Steinrück hat gestern vor 25 Jahren den Hamburg-Marathon gewonnen. Damals deutscher Rekord. Und das ist jetzt ein Familienduell. Also Katharina fehlen 21 Sekunden bis zur Mama. Und das ist jetzt sozusagen die Geschichte halt dahinter. Und dann muss man mal gucken. Und es gibt einen inoffiziellen Eheleuten-Weltrekord. Und wir haben mit Christina Händel und Sebastian Händel einen Ehepaar halt am Start. Deutsche Spitzenklasse. Und mal gucken, ob sie das schaffen. Spannend. Spannende Frage. Eine Frage zum Schluss jetzt doch nochmal direkt an Sie. Sie laufen selbst keinen Marathon, haben Sie mir verraten im Vorgespräch. Wie kommt man trotzdem dazu, es elfmal zu organisieren? Das elfte Mal. Ich bin sportlich, ich bin ehemaliger 400-Meter-Läufer, habe Stadionleichtathletik organisiert und bin 2008 zum Hamburger Leichtathletikverband gekommen. Und die Rechte am Marathon gehören dem Hamburger Leichtathletikverband. Und irgendwann war dann halt die Frage, macht es eine Agentur oder machen wir es in-house? Dann habe ich den Finger gehoben und habe gesagt, habe ich noch nie gemacht, aber ich mache es trotzdem und sitze seit zwölf Jahren hier. Sonntag 16 Uhr nach dem Marathon, was machen Sie dann? Lass ich mir das Siegerehrungsbord von den Athleten im Hotel unterschreiben. Und tatsächlich ist für uns um 16 Uhr noch nicht Schluss, weil die letzten brauchen ein bisschen länger. Und wir unterstützen halt auch hinterher die Logistik, weil die Logistik steht seit zwei Tagen auf der Straße. Und die sind auch erst Montag fertig. Das ist so. Also Anfang der Woche können Sie jetzt wieder ausatmen? Anfang der Woche kann man ein Stück weit ausatmen, aber dann geht es daran, die ganzen Rechnungen zu bezahlen. Bisher haben wir Geld eingesammelt und am Montag müssen wir bezahlen. Okay, irgendwann ist auch das dran. Frank-Karl-Eiser, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ein Riesen-Event. Wir freuen uns auf Sonntag Hamburg Marathon und das schon zum 38. Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.